Bruder, in Kirchstadt wurde gemacht, in einer Shisha-Bar, aber in Midnight, vor uns, die rauchen da unsere Pfeife, die kommen da rein, einfach mit Waffen, bam, bam, die schießen diesen Schäfer ab in den Kopf und dann gehen die raus. Hey Jungs, bei mir im Laden wurde mein Onkel ungebracht, bei mir im Laden wurde mein Onkel ungebracht, mein Onkel ist tot. Bei mir im Laden sind drei Mose, im Laden drin, im Kiosk Kessestadt, mein Onkel ist einer davon.